Musik Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr da seid. Wie ihr seht, ist bei uns gerade ziemliche Partystimmung, denn wir haben 100 Abonnenten. Ich war am Donnerstag wirklich sprachlos, als ich es gesehen habe. Es ist einfach unfassbar, wie sich der Kanal in den letzten Wochen entwickelt hat. Vor gefühlt drei Tagen kam noch erst das 50 Abonnenten Special, oder? Und jetzt hat sich die Zahl gleich verdoppelt. Das ist ein total schönes Gefühl und deswegen sagen wir Danke. Als Dankeschön wird es, wie es auch in der Kanalbeschreibung steht, ein Frage- und Antworten-Video geben. Aber dazu brauchen wir eure Unterstützung. Schreibt eure Fragen gerne in diesen unter den nächsten Bastel-Videos in die Kommentare. Das würde uns sehr freuen. Übrigens könnt ihr in dem Video auch gegrüßt werden. Schreibt dazu zu euren Fragen einfach dazu, dass ihr gerne gegrüßt werden möchtet. Aber, weil ich im Mai sehr viele Klassenarbeiten schreiben muss und in der ersten Juni-Woche schon ein etwas aufwändigeres Video geplant ist, wird das Special selbst erst in der zweiten Juni-Woche erscheinen. Bis dahin habt ihr also noch genug Zeit, eure Fragen zu stellen. Und zum Schluss noch eine kleine Info. Und zwar geht es um die neuen Polizei-Videos. Falls ihr das Video dazu nicht gesehen habt, verlinke ich es euch rechts oben in der Infokarte. Bei diesem Video ging zuerst die Kommentare nicht. Irgendwie wurden sie von YouTube deaktiviert. Sie gehen nun aber schon seit längerer Zeit wieder, deswegen könnt ihr dort gerne eure Stimme abgeben. Auch das würde mich riesig freuen. Aber jetzt noch einmal ein herzliches Dankeschön für die 100 Abonnenten. Hab noch einen schönen Tag und bis bald!